Salem, bist du noch da, Mann? Rios, komm zurück! Er ist hin. Das ist dein Mann, oder? Wir müssen hier raus, verdammt. Ich mach ja schon. Schnapp dir das Mädchen am... Du meinst DAS Mädchen? Was zum Hacker machen wir jetzt? Oh je. Einer bleibt hier und schützt Rios. Der andere schaltet das MMG aus, damit wir das Gebiet sichern können. Okay. Ich schnapp mir das MMG. Du kümmerst dich um Rios. Okay, Mann. Halt dich auf nach dem Mädchen offen. Verstanden. Alpha in Zentrale. Rios ist verbundet. Brauchen Evakuierung. Wuuuuh. Da ist man ab. Du musst mal ein bisschen auf mir achten. Ja, ich brauch keine... Jetzt krieg ich wohl ne Scheiß-Bewertung. Ja. Wir können doch tauschen. Nein. Ich biete den nur immer wieder an. Hoffentlich ist Salem nicht tot. Den hab ich im Vorteil immer gespielt. Einer bleibt hier und schützt Rios. Der andere schaltet das MMG aus, damit wir das Gebiet... Muss schnell sein. Okay. Ich schnapp mir das MMG. Du kümmerst dich um Rios. Okay, Mann. Halt die Augen nach dem Mädchen offen. Verstanden. Alpha in Zentrale. Rios ist verbundet. Brauchen Evakuierung. Over. Na toll. Lass uns mal tauschen. Nein. Doch. Nein. Doch, ich will das auch mal machen. Nein. Doch. Einer bleibt hier und schützt Rios. Der andere schaltet das MMG aus, damit wir das Gebiet sichern können. Ähm, ich muss die Geyser retten. Ich schnapp mir das MMG. Du kümmerst dich um Rios. Okay, Mann. Halt die Augen. Ja. Rios wurde nicht beschützt, was ich sah. Sterne Sander neben dem. Einer bleibt hier und schützt Rios. Der andere schaltet das MMG aus, damit wir das Gebiet sichern können. Wer? Okay. Ich schnapp mir das MMG. Du kümmerst dich um Rios. Okay, Mann. Halt die Augen nach dem Mädchen offen. Verstanden. Alpha in Zentrale. Rios ist verbundet. Brauchen Evakuierung. Over. Da ist verdammt viel los, Alpha. Ich schau mal, was ich tun kann. Headshot. Oh, hier stehen Gasflaschen. Ich bin ja dabei. Kannst du auf jeden Fall hören. Kannst du das für mich aufschalten? Ich kümmere mich drum. So, ich habe das schnell gesprengt, bevor die es sprengen. Eine gute Idee. Ja, das wäre cool. Na, ich halte doch. Ja. Ich sehe außer Rauch gerade gar nichts. Da könnte er den ganzen Rauchen. Oh, du musst mir doch... Bravo! Entdeckung! Gib mir Entdeckung! Ich schnapp mir den Kameras, Herr Fauch zum Tracken! Ich habe da mal eben was reingedrucht. Der kommt schon noch. Nur die Ruhe. Puh. Gute kill. Ich habe da mal eben was reingedrucht. Scheiße! So kann meine Panzerfaust auch ausschreiten Gib Rios Deckung Ich geh rauf aufs Dach zum Heli Vielleicht ist das Mädchen da oben Ich will zopfen Muss ich jetzt? Wer muss denn? Ich glaube ich muss jetzt aufs Dach gehen Ja Ähm Ganz schön schwierig mit dem Granatwerfer irgendwas zu treffen Ah das mit dem MG war es auch nicht so leicht Ich seh nisch Ich seh nisch Ich geh nur in Deckung Hier kommen ganz schön viele Ja Mensch Alpha bravo Hier ist es aber friedlich Was du bist jetzt auf dem Klo oder was? Sind wir hier auf dem Klo oder was? Hier ist es aber friedlich Ja und wie wie wie? Geisel in Heli bringen Ja und wie mach ich das? Ah Los jetzt Wir haben's fast geschafft Holen wir Bravo und Rios Verstanden Nimm dir das Schadfschützengewehr Ja Oh je Und das beim Fliegen Da treff ich doch ja auch nicht Wie du fliegst? Ne die fliegen Aber ich frag mich Wie ich bei Während die fliegen Irgendwas treffen soll Hier scheint erstmal nix mehr zu kommen Ich seh auch nichts Doch da Wo denn wo denn wo denn da Ey Das ist ja schon klar Ja wie komm ich denn von der Karre wieder runter? Scheiße Wir geben nicht auf Oder? Viereck drücken Der steigt nicht mehr ab Es fängt an mich wirklich Hier gedrückt halten Macht aber nicht Er macht nix mehr Ich kann nur noch schieben Vielleicht jetzt Nee Jetzt Geht's ja Kürzen wir dich hier weg Okay Alles klar Alles klar Was ist mit dem anderen Knirch? Der ist hinten oder wie? Der Ding ist explodiert Oh fuck Oh oh Beweg dich Ich versuche ihn Ja Perpoles ist ein Scheißdreck gegen mich Na Dann fangen wir wieder Kippen Wir haben noch eine Chance Oh yeah Zum Glück habe ich meine Granaten nicht aufgefahren Aber das war meine Arschlochaktion Erste Abholung zurück zum Hauptquartier Over Du bist in Sicherheit Salom Hey Halt still Er ist nicht hier Er ist tot Wir konnten nichts tun Aber das Mädchen haben wir Eine gute Tat am Tag Ja Und was zum Henker sollen wir jetzt machen? Mit Neuaufbau Hm Boah Nicht mal Stufe 4 Doppelkopf habe ich gekriegt Ich auch Du auch? Ja Und jetzt? Und jetzt? Ich bin doch sicher Trotz auch Du bist nicht in der besten Liste Ich auch nicht So traurig Weiter oder willst du noch irgendwas tun? Ich habe jetzt wieder gehört Ich würde gerne was tun Okay Weil bei dem Kampf gerade Hat mich die Maschinenpistole sehr überzeugt Möchte ich mal gucken Ob ich die jetzt ein bisschen verbessern kann So was macht deine Tuning Erfahrungsdingsen Du weißt schon Bin gleich so weit So Zur Mission Warte auf Partner Na dann weiter Ah Das ist jetzt das aus dem Video Aus dem Anfangs Video Tippe ich mal Ich erkenne keinen Lade Äh ich kenne Boah Schwieriger Satz Ich erkenne keinen Unterschied im Ladebildschirm So Das war mir klar Ja Ja Hast recht Die Gegenwart Ich bin Cuán Alcolocop Bürgermeister von La Puerta Die Stadt ist dem berüchtigten Drogenkartell La Guadagna Unter Führung des skrupellosen Esteban Bautista In die Hände gefallen Bei meiner Wiederwahl verspreche ich Bautista aufzuhalten Und Recht und Ordnung in La Puerta wiederherzustellen Diese Männer hier beschützen mich T.W.O. hat mir Unterstützung beim Zerschlagen des Kartells zugesagt La Guadagna ist stark Doch wir holen La Puerta wieder Als ihr Bürger Hm So unterbricht man eine langweilige Rede Oh ja Aber wir haben ihn verloren Wiederholen Zielperson verloren Rios Hier Alpha Hier herrscht völliges Chaos Houston Verlust Moment Ich muss Deja vu Haben wir noch einen verloren? Hi Bye Ciao Tem Untertitelung des ZDF, 2020